Für die Darstellung einer Ebene gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel die Parameterform oder die Koordinatenform. Das ist eine parameterfreie Form. Je nach Anwendung ist die eine Form besser geeignet als die andere. Wie du jetzt spielend einfach von der Koordinatenform in die Parameterform kommst, das erkläre ich dir jetzt. Los geht's! Ich bin Mathe-Peter und in diesem Video erkläre ich dir, wie du eine Ebenengleichung von ihrer Koordinatenform in eine zugehörige Parameterform überführen kannst. Dabei ist es vollkommen egal, ob die Variablen x1, x2, x3 heißen oder x, y und z. Die Vorgehensweise ist immer dieselbe. Setze alle Variablen bis auf eine zu Parametern wie s oder t zum Beispiel und stell dann diese Gleichung nach der verbleibenden Variable um. Das war's. Dabei ist es auch vollkommen egal, welche Variablen du zu Parametern setzt. Tob dich aus! Es gibt nur eine wichtige Regel und zwar sollte mal eine der Variablen nicht vorkommen, weil der entsprechende Vorfaktor a, b oder c zum Beispiel hier gleich 0 ist. Dann wärst du gezwungen, genau diese Variable zum Parameter zu setzen. Ich zeige dir das einfach mal direkt am Beispiel. Gegeben ist eine Ebene im dreidimensionalen Raum durch die Gleichung 2x2 minus 3x3 gleich 8. Wenn sich das besser für dich anfühlt, dann kannst du auch gerne die Variablen x1, x2 und x3 umbenennen in x, y und z. Vollkommen egal. Die Vorgehensweise ist immer genau dieselbe. Setze 2 von diesen 3 Variablen zu Parametern, s oder t zum Beispiel und stelle dann die Gleichung nach der dritten verbleibenden Variable um. Sonderregel sollte mal eine der Variablen nicht vorkommen, so wie hier das x1. Dann bist du gezwungen, genau diese Variable zu einem Parameter zu setzen. Also für uns gilt, x1 muss zu einem Parameter werden. Nennen wir ihn zum Beispiel s. Jetzt kannst du dich frei entscheiden, ob du x2 oder x3 zu einem Parameter, zum Beispiel t setzt. Natürlich wird die entstehende Parameterform anders sein, ob du dich jetzt für x2 oder x3 entscheidest. Das ist aber egal, denn die beschriebene Punktmenge ist trotzdem noch identisch. Ich will damit nur sagen, dass die Parameterform einer Ebenengleichung keineswegs eindeutig ist. Es gibt unendlich viele verschiedene Parameterformen. Ich entscheide mich jetzt dafür, x3 zu einem Parameter zu setzen. Wie gesagt, ist vollkommen egal, ob ich x2 oder x3 nehme. Ich finde aber, dass das Umstellen nach x2 ein kleines bisschen angenehmer aussieht. Und das müssen wir machen. Wir müssen jetzt nach der dritten verbleibenden Variable nach x2 umstellen. Dafür müssen wir zum einen plus 3x3 rechnen, oder gleich eingesetzt, plus 3t rechnen auf beiden Seiten. Und dann müssen wir noch hier durch diesen Vorfaktor von dem x2 teilen. Aufgepasst, jeder einzelne Summand muss durch 2 geteilt werden. Das heißt, x2 ist gleich 4 plus 3 halbe t. Und das war's. Die Parameterform ist im Endeffekt einfach nur ein Vektor, der aus den x1, x2 und x3 Komponenten besteht. Achtung, sortiert. Erst x1, dann x2, dann x3. Und da haben wir für x1 ein S. Für das x2 ein 4 plus 3 halbe t. Und für das x3 nur noch ein t. Jetzt könntest du das auch gerne so stehen lassen, wenn du möchtest. In manchen Aufgaben ist es tatsächlich sogar sinnvoll, hiermit weiterzuarbeiten. In den meisten Fällen ist es aber angenehmer, jetzt noch das Ganze aufzuteilen. Einmal in einen parameterunabhängigen Teil, den Ortsvektor. Und in die parameterabhängigen Teile, die sogenannten Richtungsvektoren. Das entspricht dann genau der Form, die wir auch hier oben stehen haben. Okay, zuerst mal x1. x1 war nur ein S. In der zweiten Komponente, x2, da haben wir eine 4 als parameterunabhängigen Anteil. Wir haben kein S, aber wir haben 3 halbe t. Und in der dritten Komponente, x3 gleich t, da kommt auch wieder nichts parameterunabhängiges vor. Es kommt auch kein S drinne vor. Es kommt nur ein t drinne vor. Und das war's. Für beliebige Zahlen, beliebige reelle Zahlen, s und t, ist das hier die Parameterdarstellung, oder besser gesagt eine Parameterdarstellung von unserer Ebene. Jetzt heißt das, dass du hier auch mit beliebigen Zahlen s und t multiplizieren kannst, diese Richtungsvektoren. Und es bleibt dieselbe Punktmenge, wie auch hier beschrieben. Das heißt zum Beispiel, du könntest, wenn du möchtest, auch diese Brüche in den Richtungsvektoren eliminieren, indem du einfach mit diesem Nenner hier, bei dieser 3 halbe zum Beispiel, multiplizierst. Du darfst hier mit einer beliebigen reellen Zahl multiplizieren, und es bleibt trotzdem noch ein richtiges Ergebnis. Warum dann nicht einfach diesen Vektor mit einer 2 multiplizieren? Dann würde nämlich dieser Nenner wegfallen. Also wenn du möchtest, optional, dann darfst du auch gern hier draus machen, naja, du könntest es t lassen, besser wäre vielleicht einen neuen Buchstaben einzuführen, u zum Beispiel, 0, 3, 2. Siehst du das? Jede Komponente mit der 2 multipliziert, aber das ist so eine kleine Spielerei, auf die kannst du auch gerne verzichten. So funktioniert es auf jeden Fall, von der Koordinatenform einer Ebenengleichung in eine zugehörige Parameterform zu wechseln. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir. Danke dir. Danke dir.